Hoschke ist bei Kfz. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin in Bochum. ACG Bochum. Das ist schon geil. Das ist von meinen Neffen das Auto. Die lieben alle Golf 1. So, mal schauen, was die hier alle machen. Amit Abi, dich habe ich gesucht. Hast du das letzte Video gesehen? Nein. Die soll zu 8 Metern Auto lackieren. Die soll ich lackieren sehen, Kollege. Oh, was ist das? Das ist der neue Nullzylinder? Nein, das ist jetzt Ölwechsel. Guck mal. Okay, ich dachte schon. Dachte Motul, aber... Müssen wir Ölwechsel. Wie macht der das? Dann kippt ihr den Motor dann um? Nein, den nehmen wir auseinander. Das ist die letzte Schraube. Bis die letzte Schraube, damit alles, also ganzes Öl rauskommt. Richtig. Und dann brauchen wir das wieder zusammen, wenn wir Zeit haben. Nee, Mechaniker hatte ich nicht. Du hast lackieren vermisst, habe ich gehört. Nee, habe ich nicht. Ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Doch, doch. Ich habe so einen schönen SLK-Abel für dich. Ja, den bring ich vorbei. Hör mal, Fehlert, hebt die Bühne hoch. Das ist komplett bezahlt. Tschüss, jetzt weiß ich auch, warum du es nicht vorbeidragen konntest. Was ist das denn? Federspanner. Das ist ein Federspanner? Ja. Damit kannst du das Auto spannen. Ich so zu meinem Bruder, Abel, kannst du mir deinen Federspanner leihen? Also ich kann es nicht vorbeibringen. Ja, jetzt weiß ich auch, warum. Du brauchst ja einen Anhänger dafür. Wenn wir den lackieren. Ja. Was für eine Farbe sollen wir nehmen? Was würdest du sagen, was passt zu einem SLK? Farbemäßig. Meistens sind die Silber. Nein, Silber möchte ich nicht. Also wenn wir eine Farbe nehmen sollten, dann möchte ich nicht so einen starken Kontrast haben. Zum Schwarz. Was würdest du machen, wenn das dein Auto ist? Original lackieren. Was würdest du machen? Ja, Bremsen. Kannst du nicht von mir sehen? Ich will mal ein, zwei Farben anschauen. Ich weiß nicht. Welche Farben gibt es denn so schönes zur Zeit? Wo ist der Mercedes? Mercedes ist aus, gibt es nicht. Mercedes. Nehmen wir mal den. Nehmen wir mal zwei. Siehst du, haben wir schon eine schöne Farbe. Ist doch Schwarz. Ist doch Schwarz, Mann. Also guck mal, weißt du, was sie sagen? 0,40 soll eine schöne Farbe sein. 0,40. Kennst du das von Mercedes? Ne, ich kenne mich nicht. Ich kenne mich nicht. Jetzt ist das 0,40. Ich kenne mich nicht. Ich kenne mich nicht. Wenn du die richtige Farben machst, dann können wir mal 100 Tonnen mischen und mal gucken. Nein, Quatsch brauchst du denn. Was meinst du denn, was ein SLK an Farbe ausgeht? Also komplett so? Nur Auslänge. Auslänge, ja. 2,5 Liter. 2,5 Liter. Stimmt. Was haben wir damals für den MS? 4,5 Liter. Ey, warte mal. Das musst du mal sehen. Weil wenn, dann möchte ich... Wie findest du so violettmäßig? Ja, wer? Hä? Besonders das ist Geschmackssache. Du musst so richtig sagen. Drauf machen... Ja, und wenn es nicht gut ist, machen wir andere Farbe oder nicht? Klar. Natürlich. Wir haben ja genug Farben da. Ja, meinst du so einfach komplett schwarz? Schwarz? Das macht doch Spaß. Oder nicht? Ja. Dann brauchst du die Innenkanten nicht zu lackieren, dann brauchst du gar nichts zu machen. Ja, in Kanten würde sowieso nichts zu machen. Schau mal ein paar Stück mal anschauen, ne? Nimm nur mit. Nein. Schau dich zu Hause an. Nee, da kommt immer dumme Ideen an. Ja, also. Oh, was ist das denn für die Farbe? Ja, da sieht keiner aus. Ich finde ich nicht. Ja, hell wirst du nicht. Hell gar nicht. Was viele geschrieben haben... Guck mal, das sind so viele Farben. Ah, dies kannst du sowieso keine Farb, drum auszudrücken. Du musst ja schon den Kopf haben, wenn du so haben möchtest. Wenn du Farben suchst, dann kannst du vergessen. Einfach zu viel ausfahre, dann gefällt dir so. Also ich würde planieren, schwarz. Aber es muss ja nicht das gleiche schwarz sein. Den Unterschied merkst du ja sowieso nicht. Wenn du nicht zwei Teile nebeneinander reinmachst, dann merkst du den Unterschied sowieso nicht. Schwarz ist schwarz. Schwarz ist schwarz. Sitzen drei Fröcher auf den Gleisen und sagt, der erste kommt ein Zug. Wo? Da. Was für eine kaputte Familie habe ich ja. Was willst du von mir? T-Shirt. Aber mit all den ist nicht zu verkaufen, ne? Schönes Auto. Aber was ist das für einer? 3,20 oder was? Audi. Audi, ja ja. Audi, 4 Euro. Ach schön. Aber Matt möchte ich auf jeden Fall nicht haben, ne? Audi, Audi. Warum? Wir haben das so schön gemacht. Du weißt ja, Sommerprojekt, ich habe keinen Bock viel Geld auszugeben. Das heißt, die Vorarbeit mache ich selber. Ja. Ich bezahle nur dein Gehalt, Döner, Cola, mit Cola? Ja. Und lieber Cola reicht? Reicht. Ah, okay. Ich muss zusehen, wo ich fahren kann. Okay. Spaß beiseite. Du kriegst natürlich mit denen ausgebildet. Aber nur einmal, ne? Ja, ja. Nicht, dass du jeden Tag willst oder so. Ich mache die Vorarbeit. Aber da muss ein bisschen Spachtelarbeit gemacht werden. Wir machen mal die Grobenarbeiten, dann sehen wir weiter. Ja, ja. Aber die Spachtelarbeit wäre doch cool, wenn du mal vorbeikommst und die Spachtelarbeit ein bisschen machen. Dann nimmst du einfach ein bisschen Spachtel und dann kannst du ein bisschen Spachteln und dabei können wir Kaffee trinken. Das geht doch ganz schnell. Ich habe keine Ahnung, was für eine Farbe. Schwarz. Mach pink. Lila. Pink, Lila. Ja, dann machen wir mal Herzchen drauf. Herzchen drauf. Ja. Wie geht's gut? Ja. Ja. Rosa. Rosa. Ich kriege jetzt pinke Klamotten demnächst. Ich kriege pinke Klamotten? Wir können ja erstmal die Vorarbeit machen, ne? Ja. Du musst ja erstmal die Vorarbeit machen, ne? Ja, ja. Ich meine ja, wir. Müssen wir erst die Vorarbeit machen. Also ich und du und die anderen. Wie viele Mitarbeiter hast du hier nochmal? Keine Ahnung. Okay. Die können ja auch ein bisschen helfen, wenn die nichts zu tun haben. Ja, also wenn die mir helfen... Wenn du noch Kaffee trinkst? Ich... Kaffee... Guck mal, ich bin hier, du hast nicht mal Kaffee gemacht, ja? Und ich habe dir gesagt, wir gehen Kaffee rein. Ja, Kaffee. Ach so, muss ich selber machen. Ja. Lackieren muss ich selber machen. Kaffee muss ich selber machen. Ja, was ist denn los hier? Okay, jetzt gehe ich rein. Warum wird die so faul? Ja, die nächste Woche. Alles klar. Dann pack mal. Keine Ahnung, was für eine Farbe wir nehmen. Ich mache mal Kaffee. Ich habe Kotflügel gefunden. Ey, die sind noch sogar gut. Erstmal alles durchchecken hier. Stabil. Guck mal, da gibt überhaupt kein Rost hier. Kein Rost. Ich weiß ja, wie man die abhaut. Dann muss ich mal nachts hier vorbeikommen. So, jetzt gehen wir mal den Lackerer bisschen auf den Sack. Komm her. Läuft alles gut? Keine schlechte Laune? Nee. Immer gute Laune, wie immer. Das kann sich aber nächste Woche ändern. Ich habe gehört, SRK kommt nächste Woche. Nächste Woche? Ja, das ist ein Lackier. Okay. Das ist unsere Arbeit. Ja, aber das ist schon was. Machst du hier die Kutflügel und hinten? Weil hier ist Schaden. Wir haben gar nichts demontiert. Neu-Tür haben wir gekriegt. Und habe ich den beiden Neu-Tür nasse Nassbüller drauf gemacht. Farbe geputzt, Klarlack geputzt, getrocknet, jetzt im Sonnenschein draußen. Das sind die alten Türen? Ja, das sind die alten Türen. Und Seitenwand, Kutflügel wegen der Einlackierung. Mit dem Basis-Dag einnehmen und Klarlackputzen, dann hast du keinen Farbunterschied. Ah, okay. Was haben denn die Türen? Sind die durch? Hier ist die Beule, das ist Festerungsschaden. Da ist der Beule. Festerungsschaden. Oh mein Gott. Da kriegst du zwei neue Türen. Ja, von Festerung werden sie haben geschrieben. Muss neue Türen, muss man erneuern. Aber ganz ehrlich, du als Lackierer, ich meine, das ist eigentlich keine Arbeit. Hat die Versicherung viel Geld, oder? Richtig. Krass. Wirtschaft muss laufen. Man ist ja quasi groß aus, ne? Also die kleinste Beule ist so bei mir. Wegen Seitmann und so weiter. Aber du hast da, glaube ich, viel zu tun. Aber ich helfe dir. Kein Problem. Ich bringe Kaffee und so weiter. Zwei neue Türen, Lackieren, alles schön und gut. Sieht auch gut aus, aber man sieht den Farbunterschied. Egal wie. Man hinter der Sonne verbleicht die Farbe immer. Und das sieht man dann sofort. Neu zu alt. Und so wird er den Ball, ja, Beilackieren, Kunstklarlack. Und da sieht man gar nichts. Man sieht das einfach, als hätte man ihn einfach mal probiert. Dann sieht auch, wie von Werk aus. Schlk, Sommerauto, Wetter ist schön. Ja. Was für eine Farbe würdest du nehmen? Schwarz ist der, weißt du. Ja, muss man nichts einmal gucken. Was muss ganz genau gemacht werden, was für eine Arbeit ist. Ja. Dann können wir ganz genau sagen. Ja, das ist nicht so viel. Kommt drauf an. Ja. Aber was würdest du, wenn du jetzt so ein Auto hättest? Ein Spaßauto. Was für eine Farbe würdest du drauf machen? Ich bin Blau-Fern. Blau? Blau. Ist auch sehr interessant. Also Blau-Perleffekt. Perleffekt. Perleffekt hört sich zu teuer. Ich weiß. Ja, deswegen. Aber wie gesagt, das ist Geschmackssache. Kannst du ohne Blau lackieren. Wir machen das so. Nächste Woche bin ich ja hier. Ja. Und dann gucken wir uns einfach mal ein, zwei Farben an. Genau. Und dann schauen wir mal, was wir nehmen. Ja. Und du guckst dir morgen, nächste Woche mal. Ja. Ja. Und du als Lackierer, bin mal gespannt, ob du sagst, ey, das und das müssen wir noch machen, das und das ist okay. Weil du hast ja die Videos, glaube ich, gesehen, ein, zwei Videos. Ja. Mit den Unfallschaden und so. Ich glaube, die wirst du dir auch mal genauer anschauen, glaube ich. Ja. Und du hast den Wagen ja am ersten Tag gesehen gehabt, ne? Ja. Genau. Genätet. Ja, ja. Das hast du ja noch nie gesehen gehabt. Ja, gut. Armilla, wir sehen uns nächste Woche. Wir sind auf jeden Fall froh schaffen. Und mal schauen, was du zu dem Wagen sagst. Ich bin auch gespannt. Ja. Mal schauen, ob er mich dann vom Hof jagt, wenn er das Auto sieht. Das ist ja dran. AMG-Paket vorne. Das Ganze ist hier richtig eingedrückt. Mhm. Und der muss raus, damit die Stoßstange reinpasst. Ist jetzt diese Wölbung auch bei dem rauszuziehen? Ja, wir machen das. Also, wenn ihr Bock drauf habt, dass ich das selber mache, ihr könnt ja gerne mal liken und kommentieren. Ja. 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 Ja.